Willkommen bei MEXICO Anleitungen & Tutorials. Heute zeige ich dir, wie du auf deinem Windows 10 PC zusätzlich Windows XP auf einem virtuellen Computer installierst. Das heißt deine bisherige Windows 10 Installation wird davon in keiner Weise beeinflusst. Dein PC wird danach ganz normal Windows 10 starten und du kannst dann innerhalb von Windows 10 einen virtuellen PC mit Windows XP starten. So als wäre es ein ganz normales Programm. Auf diesem virtuellen Windows XP Computer kannst du dann Programme installieren und damit arbeiten als wäre es ein echter PC. Das ist vor allem dann praktisch, wenn du manchmal sehr alte Software benutzen musst, die nicht mit Windows 10 kompatibel ist. Hast du keine Lust mehr auf Windows XP kannst du den virtuellen PC ganz einfach löschen. Bitte sieh dir das Video komplett an, dann sollte es auch bei dir problemlos klappen. Zuerst musst du VirtualBox herunterladen. Es ist komplett kostenlos. Link zum Download in der Videobeschreibung. Klicke auf die Windows Version. Der Download sollte standardmäßig im Download Ordner deines Computers landen. Ist der Download noch ein paar Minuten fertig, dann lade noch den Extension Pack für VirtualBox herunter. Auch er ist komplett gratis. Wenn auch dieser Download fertig ist, kann es losgehen. Du brauchst entweder eine Windows XP CD, z.B. von deinem alten Computer, oder eine Windows XP ISO Datei. Mir sind allerdings keine legalen Quellen zum Download von Windows XP ISOs bekannt. Illegale Downloads können versteckte Viren und Trojaner enthalten. Hat dein Windows 10 PC kein CD Laufwerk, dann kannst du dir selbst an einem PC mit CD Laufwerk eine ISO von Windows XP erstellen und per USB Stick auf deinen Windows 10 PC übertragen. Anleitungen dazu sind mit Google leicht zu finden. Oder du benutzt ein externes DVD Laufwerk. Du kannst Windows XP nach der Installation bis zu 30 Tage ohne Aktivierung benutzen. Wenn du es länger verwenden willst, brauchst du einen Product Key, um die Vollversion aktivieren zu können. Hast du schon einen Windows XP Product Key z.B. von einem Aufkleber auf deinem alten PC, dann denke bitte daran, dass du den zwar verwenden kannst, aber du ihn immer nur auf einem PC gleichzeitig aktiviert haben darfst. Du darfst dann also Windows XP auf deinem alten PC nicht mehr benutzen. Natürlich kannst du den Windows XP CD Product Key auch kaufen. Mittlerweile sind das vor allem gebrauchte Lizenzen. Link zum günstigen Kauf beim Amazon Marketplace in der Videobeschreibung. Achte darauf, nur bei seriösen Händlern mit guten Bewertungen zu kaufen. Außerdem solltest du keine CDs und Product Keys kaufen, die mit einem Computer ausgeliefert wurden. Auf denen steht dann der Name des Computerherstellers, also z.B. Dell oder HP und Begriffe wie Reinstallations-CD oder Wiederherstellungsdatenträger. Diese sogenannten OEM-Versionen werden gerne gefälscht. Gerade bei eBay werden viele Raubkopien angeboten. Mache einen Doppelklick auf der VirtualBox Anwendung und klicke dann auf Ausführen. Klicke dann dreimal auf Next. Jetzt wirst du gewarnt, dass während der Installation von VirtualBox kurz die Internetverbindung getrennt wird. Bestätige das mit Yes und klicke dann auf Install. Windows 10 möchte wissen, ob du das wirklich installieren willst. Bestätige mit Ja. Nach ein paar Minuten ist VirtualBox fertig installiert. Entferne den Haken, damit es nicht gleich geöffnet wird und klicke dann auf Finish. Dein PC muss jetzt vielleicht neu gestartet werden. Nachdem Windows 10 wieder gestartet ist, öffnest du wieder deinen Download-Ordner. Mache jetzt einen Doppelklick auf dem VirtualBox Extension Pack und klicke dann auf Installieren. Dem Lizenzvertrag kannst du erst zustimmen, wenn du ganz nach unten gescrollt hast. Die Installation wieder mit Ja erlauben. Ist sie fertig, darfst du auf OK klicken. Jetzt erstellen wir einen virtuellen PC. Klicke dafür auf Neu. Nun kannst du ihm einen Namen geben und als Betriebssystem natürlich Microsoft Windows XP auswählen. Klicke dann auf Weiter. Hier kannst du dir aussuchen, wieviel Arbeitsspeicher dein virtueller PC haben soll. Beachte dabei, dass dieser Arbeitsspeicher dann nicht für deinen echten PC zur Verfügung steht, solange du den virtuellen PC laufen hast. Hat dein echter Computer also z.B. 2 GB RAM und du gibst dem virtuellen PC davon 1 GB ab, dann hat dein echter Computer nur 1 GB zur Verfügung, solange der virtuelle PC läuft. Fährst du den virtuellen PC herunter, dann hat dein echter Computer sofort wieder die vollen 2 GB RAM für sich. Für Windows 10 32-Bit solltest du mindestens 1 GB RAM übrig lassen. Für Windows 10 mit 64-Bit sollten mindestens 2 GB RAM übrig bleiben. Windows XP 32-Bit benötigt mindestens 64 MB RAM. Empfohlen werden mindestens 128 MB RAM. Ich spendiere sogar etwas mehr Arbeitsspeicher. Bist du dir hier unsicher, dann lasse die empfohlene Größe eingestellt. Du kannst das im Nachhinein jederzeit problemlos ändern. Klicke auf Weiter. Nun musst du eine virtuelle Festplatte erzeugen. Lasse dafür den Punkt Festplatte erzeugen ausgewählt und klicke auf Erzeugen. Die virtuelle Festplatte ist in Wirklichkeit natürlich nur eine einfache Datei. Lasse den Dateityp so wie er voreingestellt ist und klicke auf Weiter. Nun kannst du die Größe der virtuellen Festplatte bestimmen. Sie kann natürlich maximal so groß sein wie der Speicherplatz der auf deiner echten Festplatte noch frei ist. Ich lasse Dynamisch ausgewählt. Das bedeutet, dass die virtuelle Festplatte automatisch mitwächst je mehr Speicher verbraucht wird. Du brauchst dich also nicht weiter darum kümmern. Klicke auf Weiter. Jetzt kannst du der virtuellen Festplatte einen Namen geben und die maximale Größe bestimmen. Ich lasse 10 GB eingestellt. Größer wird die virtuelle Festplatte also trotz Dynamik nicht wachsen können. Willst du die virtuelle Festplatte auf eine andere Festplatte ablegen, kannst du das mit einem Klick auf das gelbe Ordnersymbol tun. Es gehen theoretisch auch externe Festplatten oder Netzwerkfestplatten. Das könnte aber sehr langsam werden. Klicke jetzt auf Erzeugen. Du hast nun einen virtuellen PC. Du kannst ihn jetzt starten, aber ohne Betriebssystem passiert natürlich nicht viel. Klicke also auf das Ordnersymbol und wähle den Speicherort deines Windows XP ISO Images aus. Oder klicke auf das Dropdown-Menü und wähle dein CD-Laufwerk aus, in dem du die Windows XP CD eingelegt hast. Klicke dann auf Starten. Dein virtueller Computer startet jetzt die Windows XP Installation. Die einzelnen Schritte dauern teilweise sehr sehr lange. Ich kürze das fürs Video ab. Zuerst musst du die Festplatte für die Installation auswählen. Du solltest die virtuelle Festplatte sehen. Dir wird der als Maximalwert eingestellte Speicherplatz angezeigt. In Wirklichkeit wird die Festplattendatei kleiner sein. Wähle die Festplatte aus, indem du auf Enter drückst. Die Maus funktioniert hier noch nicht. Nun musst du auswählen, wie die Festplatte formatiert werden soll. Wähle mit den Pfeiltasten der Tastatur die Option zur schnellen Formatierung im NTFS Dateisystem aus. Drücke dann auf Enter. Das kann jetzt je nach PC-Leistung Minuten oder Stunden dauern. Danach startet der virtuelle PC neu. Drücke bei diesem Bildschirm keine Taste und warte bis er verschwindet. Das Ganze würde sonst wieder von vorne beginnen. Lass die CD aber noch drin, bis Windows XP fertig installiert ist. Klicke auf Weiter. Jetzt brav den Lizenzvertrag genau lesen. Bist du einverstanden klickst du auf Ich stimme dem Lizenzvertrag zu und dann auf Weiter. Die Windows XP Installation selbst kann ewig dauern. Ich kürze das wieder ab. Überprüfe, ob die Sprache überall richtig eingestellt ist und klicke auf Weiter. Gebe deinen Namen und wenn vorhanden deine Firma ein und klicke dann auf Weiter. Gib deinem PC jetzt einen Namen und klicke auf Weiter. Hier überprüfst du Datum und Uhrzeit und klickst auf Weiter. Der virtuelle PC wird wieder neu gestartet. Drücke wieder keine Taste, damit die Windows XP Installation nicht komplett von vorne beginnt. Bestätige die Meldung zur Bildschirmauflösung. Und gleich nochmal auf OK klicken. Klicke nun auf Weiter. Wähle den oberen Punkt, Ja dieser Computer und so weiter und klicke auf Weiter. Entscheide, ob du dich bei Microsoft registrieren möchtest. Das ist keine Pflicht und hat nichts mit der Aktivierung zu tun. Ich wähle Nein aus und klicke auf Weiter. Nun darfst du einen Benutzernamen vergeben und auf Weiter klicken. Klicke nun auf Fertigstellen. Nach längerer Wartezeit siehst du nun den Windows XP Desktop. Du kannst den virtuellen PC jetzt theoretisch schon ganz normal benutzen, jedoch passt er die Bildschirmauflösung nicht automatisch an die Fenstergröße an. Auch der Vollbildmodus macht so noch keinen Sinn. Das ändern wir jetzt im letzten Schritt. Klicke in der Menüleiste auf Geräte und dort auf Medium mit Gasterweiterungen einlegen. Nun öffnet sich ein Installationsfenster. Klicke dort auf Weiter und gleich nochmal auf Weiter und dann auf Installieren. Du wirst ständig an die Produktaktivierung erinnert werden. Wenn du auf diese Sprechblase klickst, kannst du deinen Product Key eingeben und Windows XP damit aktivieren. Es kann sein, dass Windows XP ein paar Mal meldet, dass die Gerätetreiber, die du gerade installierst, nicht kompatibel zu sein scheinen. Das stimmt aber nicht. Klicke bei diesen Meldungen immer auf Installation fortsetzen. Am Ende musst du Windows XP nochmal neu starten. Spätestens jetzt kannst du deine Windows XP CD aus dem Laufwerk nehmen. Nun kannst du das Fenster des virtuellen PCs beliebig vergrößern und verkleinern und ihn sogar im Vollbildmodus laufen lassen. Standardmäßig verlässt du den Vollbildmodus übrigens, indem du gleichzeitig die rechte Steuerungstaste und die F-Taste auf der Tastatur drückst. Hast du rechts von der Leertaste keine STRG-Taste, dann solltest du das vorher in den Einstellungen von VirtualBox umstellen. Du kannst mit dem virtuellen Computer jetzt alles machen, was du mit einem echten auch könntest. Bedenke aber, dass die Leistung geringer ist, da Windows 10 und Windows XP gleichzeitig ausgeführt werden. Falls dein virtueller PC von Viren befallen ist, kannst du ihn übrigens einfach löschen und einen neuen erstellen. Die Viren, aber auch deine ganzen Programme, Einstellungen, Dateien und so weiter sind dann auch weg. Wenn du meinen YouTube-Kanal unterstützen möchtest, dann tätige deinen nächsten Amazon-Einkauf bitte über meinen Werbelink in der Videobeschreibung. Du kannst dann genauso günstig wie immer bei Amazon einkaufen und ich bekomme eine kleine Provision von Amazon bezahlt. Vielen Dank. Solltest du noch Fragen haben, poste sie unten in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Keine Angst, das kostet nichts. Das bedeutet nur, dass du von YouTube informiert wirst, wenn es von mir neue Videos zu sehen gibt. Und hier findest du mich im Web, bei Twitter und bei Facebook. Bis zum nächsten Mal bei Mexiko, Anleitungen und Tutorials.